Wenn man hinter jemandem im Gebet steht und dieser rezitiert die Ayat falsch, was macht man? Die Gelehrten unterscheiden zwischen zwei Fehlern im Gebet. Das eine ist die Änderung der Bedeutung von den Versen und der andere Fehler ist, dass jemand zum Beispiel in der Grammatik einen Fehler macht, der aber nicht die Bedeutung ändert. Im zweiten Fall, kein Problem kann man durchgehen lassen, aber im ersten Fall muss man das ändern. Im ersten Fall muss man das ändern, weil er was anderes gelesen hat als den Koran. Wallahu ta'ala ala wa'ala.